hallo und herzlich willkommen zurück hier bei let's play elektronik ich möchte mich vorab ganz ganz herzlich für alle tollen kommentare bedanken ich krieg echt gutes feedback für die videos was mich echt wahnsinnig freut und ja ich krieg jetzt mittlerweile auch schon ein zwei anfragen was ob ich nicht irgendwas erklären können machen können wir immer ich habe gerade noch für die videos einen ziemlich geraden zeitplan also wie ich mir die videos vorstelle aktuell nämlich einfach bauteile erklären und so weiter wenn ich dann diese bauteile durch habe werde ich auf jeden fall die letzte woche ein kundenwunsch war mal erklären wie man eine platine macht sprich wie kommt man von der idee zur fertigen platine wie zb im at-e-wahlboot wir werden es vielleicht mit einer einfacheren platine angehen lassen aber das werde ich definitiv erklären ich werde auch in die welt der microcontroller noch einsteigen aber das dauert noch ein wenig weil ich einfach die grundlagen vorher erklären möchte so heute geht es grundlagen technisch weiter wir hatten die letzten drei wochen ein spannendes bauteil und zwar den kondensator wir werden jetzt zu einem strom bauteil kommen also es gibt in elektrotechnik eigentlich nur drei bauteile wenn man passive bauteile betrachtet es gibt einen widerstand es gibt einen kondensator und es gibt eine spule der widerstand ist klar den hatten wir den ersten videos jetzt hat mir den kondensator der spannungsträger ist und zwar behandeln wir heute ein ganz tolles bauteil und zwar eine spule ich habe hier weiß nicht ob man es jetzt im video erkennen kann eine zb flachdraht induktivität die finde ich einfach optisch wunderschön deswegen steht die auch vor meinem computerbildschirm es gibt da ganz viele bauformen ich habe hier eine ganz kleine in smd zum beispiel gibt es auch in betrateter bauform aber ich habe hier auch zum beispiel eine rolle kupferlackdraht und auch diese rolle kupferlackdraht ist zum beispiel eine spule denn sobald wir irgendwie ich demonstriere das mal mit dem kupferlackdraht eine schleife machen haben wir mit dieser schleife eine spule erzeugt wie man diese spulen berechnet zeige ich euch jetzt wieder wie beim kondensator mit ein wenig trockener theorie wieder am zeichenbrett spulen sind deutlich coolere bauteile wie kondensatoren man kann nämlich einfach wie man hier sieht mal schnell ein bisschen kupferlackdraht wickeln und hat eine spule das heißt wir haben in der praxis was in den nächsten wochen der fall sein wird wo man mit dazu kommen deutlich mehr möglichkeiten ein wenig zu experimentieren ein paar versuche zu machen ja ich lege dann mal mit dem zeichenbrett wieder los bis gleich was macht nun so eine spule wenn wir an einer spule eine spannung anlegen baut diese zwischen ihren wicklungen ein magnetfeld auf da dieses magnetfeld vom fließenden strom indiziert wird und das magnetfeld erst einmal mühevoll aufgebaut werden muss wird ein teil des fließenden stromes in diesen aufbau gesteckt ich zeichne hier eine schnittansicht von einer spule der strom fließt oben aus den leitungen raus und unten die leitungen hinein zwischen den wicklungen befindet sich das magnetfeld wie groß dieses magnetfeld ist beziehungsweise was für eine induktivität die spule hat hängt von folgenden dingen ab der länge der spule der anzahl der windungen das material zwischen den wicklungen und der innendurchmesser dieses materials die induktivität wird mit dem buchstaben l abgekürzt und hat die einheit henry das schaltzeichen einer spule ist ein ausgemaltes kästchen wenn wir nun diese einfache schaltung betrachten und zum zeitpunkt 0 den schalter schließen liegt an der spule sofort eine spannung u an der strom der durch die schaltung fließt steigt aber langsam an da erst das magnetfeld in der spule induziert werden muss anhand dieser kurven kann man schon erkennen was ich anfangs gesagt habe die spule macht dasselbe wie ein kondensator nur nicht mit der spannung sondern mit dem strom beim kondensator war die zeitkonstante tau gleich r mal c bei der spule ist die zeitkonstante tau gleich l durch r berechnen kann man den an und abstieg über diese formeln die auch für den kondensator gültig sind wenn man u und i vertauscht vielen dank dass sie das video angesehen habt ich freue mich über einen daumen nach oben wenn es euch gefallen hat wir sehen uns nächste woche wieder wie gewohnt am dienstag um 12 uhr bei einer weiteren folge von let's play elektronik